Wir haben mit dem roten Helm dabei die Startnummer 9, Tomek Matten-Dau. Dann haben wir mit dem blauen Helm dabei die Startnummer 18, Lukas Wegner. Helmfarbe weiß wird getragen von der Startnummer 8, Marvin Wiegert. Und mit dem gelben Helm die Startnummer 5, Maximilian Firnis. Jo, da geht das Startband nach unten und jetzt geht das auf Lukas Wegner, der an der grünen Position zu sehen ist. Also Lukas Wegner in Führung vor Marvin Wieger, dann Tomek Matten-Dau, der keinen guten Start hatte nach seinen beiden Laufsiegen zuvor. Jetzt an dritter Position und dann kommt er da auch relativ weit nach außen. Vorne, da spielt die Musik und das sind Lukas Wegner in Führung der Position und dahinter Marvin Wieger, die das jetzt doch relativ souverän hier angehen können. Letzte Runde wird angezeigt und keine Runde. So sieht es aus, letzte Kurve und Lukas Wegner kann hier alles klar machen. Und das macht er auch, Laufsieg für Lukas Wegner mit der Startnummer 18. Ja, zweite Position Marvin Wieger.